Wir gehen rüber, sucht den Käpt'n! Kommt nur her, ihr Erbauten, ihr sticktenden Kopfläuse! Panonen und Stahl sind lauter als Stock- und Spuckewein. Ich hab einfach die Schnauze voll. Such jetzt den Käpt'n! Schickt sie in die Hölle! Rettel, siehren los! Ran an die Beute! Rettel, Beute, voll Blut und Tränen! Halte sie zurück! Jeder, der das Schiff betritt, stirbt! Was ist in my sight? 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 Ja, auf jeden Fall, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Black Flag. Ja, irgendwie eskaliert hier das gerade. Wir gehen rüber, sucht den Käpt'n. Kommt nur her, ihr bauten, ihr stinkenden Kopfläuse. Kanonen und Stahl sind lauter als Stock und Spuckewellen. Ich habe einfach die Schnauze voll. Ja, ich auch. Genau, sucht den Käpt'n. Oh ja. Auf die Türme zielen, Käpt'n. Wo sind die verdammten Sinn-Schnüre? Ruhig, ruhig. Leesegel einholen. Lassen wir sie eisenschmecken. Obersegelwerk! Ja. 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 Was ist das? Was ist das? Was soll das? Das riecht mich gerade richtig auf. Such jetzt den Captain. Wir werden in eurem Blut wahren. Ich mach Heilfutter aus dir! Keiner der Luft, die besetzt die Fuß auf unsere Decks! Mach ihn zurück! Ich hab ihn schon! Ich hab ihn schon! Heilfutter aus dir! Heilfutter aus dir! Jaaa! Wunderbar! Schön! 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 Kings und ich hielten ein Kriegsrat ab, während ihr hier eure Zeit vergeudet, sagten sie, ich wäre ein besserer Käpt'n als ihr hellen Hunde. Ich schneide hier ein paar neue Löcher, Verreiter! Hier verkaufe ich ihren Zähner in Kingston, doch bei euch zwei Saufnasen darf ich kein Risiko eingehen. Das wirst du bereuen, Rackham. Ich bereue eh schon zu viel. Werbe sie raus! Wow! Ich krieg dich, Jack Rackham! Ich schneid dich auf, reiß dir das Gedan raus und bespann meine Laute damit! Lasst das verdammte Geheule weinen! Das hilft uns gar nicht! Sie irren, der berüchtigte Edward Kenway spricht, ja? Verrate uns, Käpt'n, was tut in dieser misslichen Lage? Was schlägt unser Meisterhirn vor, wie wir ein Schiff ohne Segel und Ruder steuern? Halt! Dein! Maul! Ja! Ja, okay, das lief jetzt nicht so wie erwartet. Das lief jetzt gar nicht so wie erwartet. Bleib schön ruhig. Ich nehm' mir die Austern, die du hartest. Du Mämme! Dir gibt es genug zu essen, wenn du nur die Augen öffnen würdest. Meine Augen sind auf. Und was zum Essen hab' ich auch. Nein! Lauf mir nicht hinterher! Hörst du mich? Brauchst mich nicht zu suchen! Das lief für uns unsere schöne Assasie-Rüstung ist weg. Ja, aber, ja. Wir müssen uns jetzt keine dämlichen Seeschlacht in die, ähm... in die Hände befinden. Also wir müssen uns jetzt in keine dämliche Seeschlacht begeben. Ist es völlig wohl und in ewig Frieden. Auf Reichtum und Ruhm, auf dieses Frieden. Komm, lasst uns trinken, solange das Herz schlägt. Denn es trinket sich schwer, wenn es uns nicht mehr trägt. Und wer nicht mit uns diesen Prosit zeigt. Drunten bei den Toten. Drunten bei den Toten. Drunten, drunten. Geh und tanz mit den Fischern und ihren Booten, Kenway. Diese Insel gehört mir. Komm nur her und ich köpfe dich, Bastard. Es war deine verdammte Fantasie, die uns hierher brachte, Kenway. Verflucht soll ich sein, wenn ich auch nur noch ein einziges Mal auf dich höre. Wirst du nun mit mir reden, Wein? Oder bist du des Wahnsinns? Wahnsinn? Ja. Es ist kein Wahnsinn, wenn ein Mann ums Überleben kämpft, oder? Ich will dir nichts tun, du Kasper. Nun lass uns das klären wie Gentleman. Ja. Ich bekomme Kopfschmerzen von deinem ganzen Geschwafel. Bleib zurück und lass mich in Frieden leben. Gerne, wenn du aufhörst, mein Essen zu stehlen und das Wasser, das ich fände. Ich höre nicht auf, bis du deine Schuld mit Blut begleichst. Wegen dir haben wir nach Sklavenschiffen gesucht. Und wegen dir hat mir Jack Rackham meine Crew gestohlen. Ich höre nicht. Interessant. Oh, ja. Gaia textuolfida. Ach komm, warum nicht? Eine weitere Maya-Stiluette. Noch einer für die Sammlung. So, und jetzt sollten wir gleich nochmal alles von vorne machen. Aber jetzt wissen wir ja zumindest, wo wir langen müssen. Dann hoffen wir mal, dass ich jetzt hier reinfinden kann. Ja, ist eine unerwahlte Erwendung, aber im Leben eines Piraten, ist es ja auch gerade im Leben eines Piraten-Captains, ist es ja auch mal vorgekommen, dass die Mannschaft mal gegen einen gemeutert hat. Bain! Stell dich, Mann! So, der Bass darf sich nicht stellen. Verdammt, was macht er da? Ja. Schützen sind alles, was von dir bleiben wird, Canway! Mach, 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 mach! Ich schieß dir was weg! Du und deine Ammenmärchen haben uns das eingebrockt, Canway! Verdammt soll ich sein, falls ich jemals wieder auf dich reinfalle! Mach weiter so und ich muss dich töten, Wayne! Nein! Versuch's nur! Sei mein Gast! Wahaaaaaah! Papistisch! 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 Ich seh' dich klar und deutlich! Nein! Verdammt! Mach weiter so und ich muss dich töten, Wayne! Versuch's nur! Sei mein Gast! Die? Der? Pesscher Geräusch? Nur einer von uns zwei wird die Insel lebend verlassen, Walliser! Denn ich segle nicht in einer Welt, die mit deiner Visage gestraft ist! Du kannst dich nicht verstecken! Keinen Kumpf von mir! Ich sprenne dich in die Hölle! Fetzen sind alles, was von dir bleiben wird, Edway! Ich schieße dir was weg! Gott, verdammter dreckiger Hund, Vane! Du waschlappen! Du hast es nicht mal zu Ende gebracht! Verflucht noch eins! Ist das mein Lohn dafür, dass ich an die Menschen glaube? Dass ich selbst einer dreckigen Ratte wie dir ein Mindestmaß an Verstand zutraue ab und zu? Vielleicht hat der Hornigold recht! Vielleicht braucht die Welt wirklich Männer mit Ehrgeiz! Damit Kerle wie du nicht immer alles vermasseln! Oder vielleicht... Vielleicht hast du nicht die Eier ohne Reue zu leben! Halt mir keinen Platz in der Hölle frei, Scheißkarl! Ich komme nicht so bald! Ja, und ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge! Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da! Das würde mich sehr freuen! Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen! Und bis zu einer neuen Folge! Assassin's Creed Black Flag!